Servus, mein lieber Otto. Diese ganzen Angebote sehen ja verwirrend aus. Lass mich dir helfen. Ich kenn mich beim Gas gut aus. Da finden wir schon etwas Grünes für dich. Es gibt ja so viele Anbieter von sauberem Gas. Die gute Nachricht, alle sind komplett umweltfreundlich. Du kannst ganz frei entscheiden bei dieser tollen Auswahl. Hier siehst du es schon. Da gibt es so viele, die dir echt sauberes Gas liefern können. Bei denen hier bekommst du sogar eine Förderung, wenn du umsteigst. Das macht es nochmal um einiges günstiger. Falsch. Die Klimaschädlichkeit von Erdgas wird durch Greenwashing-Aktivitäten vertuscht. Vier von fünf Energieversorgern betreiben Greenwashing. Nahezu alle versuchen klimaschädliches Erdgas durch Bezeichnungen wie natürlich, sauber, umweltfreundlich oder schadstoffarm in ein positives Licht zu rücken. Einige Energieversorger belassen es nicht bei Greenwashing, sondern fördern den Einbau von Erdgasheizungen sogar mit 400 bis 1000 Euro. Das klimaschädliche Erdgas besteht überwiegend aus Methan, aus fossilen Quellen und verursacht bei der Verbrennung CO2-Emissionen von rund 200 Gramm Kohlendioxid pro Kilowattstunde. Das ist fast so viel wie Heizöl. Beim Wechsel von Heizöl zu Erdgas bleiben noch etwa 75 Prozent der klimaschädlichen Emissionen bestehen. Und das auf lange Zeit. Bei der Erdgasproduktion entstehen zudem Methanleckagen. Bei großen Leckagen kann Erdgas so klimaschädlich wie Kohle werden. Das ist ja alles nicht so schlimm. Schau mal, die verwenden Biogas. Das wird komplett natürlich aus Pflanzen hergestellt. Falsch! Einige Anbieter mischen ihren Erdgasprodukten geringe Mengen an Biogas bei und verkaufen diese dann als grüne Alternative. Dabei geht es um Beimengungen zwischen 5 und 30 Prozent. Der größte Teil des Produktes bleibt fossiles Erdgas. Nur wenige Anbieter führen ein 100-prozentiges Biogas-Produkt. Gegen die Emissionen willst du doch schon etwas tun. Stimmt's, Otto? Wenn du das grüne Gas hier nimmst, bist du komplett CO2-neutral unterwegs. Falsch! Ein Viertel der Energieversorger bietet CO2-kompensiertes und damit vermeintlich klimaneutrales Erdgas an. CO2-Zertifikate sind allerdings keine Lösung. Sie halten oft nicht das, was sie versprechen und lenken von echten Lösungen ab. Klimaschädliche Energieträger werden durch solche Zertifikate nicht umweltfreundlich. Grünes Gas gibt es aber auch aus erneuerbaren Quellen. Das ist nicht nur umweltfreundlicher. Es ist auch um einiges günstiger als diese komischen alternativen Energiesysteme. Erneuerbares Gas ist eine tolle Lösung. Ja, und definitiv die Zukunft für das Heizen. Biomethan wird jetzt schon von vielen verwendet. Und es kommt sogar bei Kühen aus dem... Erneuerbares Gas ist teurer als die Umstellung auf klimafreundliche Alternativen. Die Kosten eines Wechsels zu einem klimafreundlichen Heizsystem sind geringer als die Umstellung auf Biomethan. Obwohl dabei das Heizsystem getauscht werden muss. Erneuerbares Gas ist nur begrenzt vorhanden und muss priorisiert eingesetzt werden. Heute werden in Österreich pro Jahr etwa 8,8 Milliarden Kubikmeter an fossilem Gas eingesetzt. Die Gaswirtschaft spricht von 4,2 Milliarden Kubikmeter an Potenzial für erneuerbare Gase aus Abfällen. Doch diese Potenziale sind zu hoch gegriffen. Laut unseren Berechnungen können maximal 2,4 Milliarden Kubikmeter erneuerbares Gas produziert werden. In Zukunft kann es noch gelingen, Wasserstoff aus Ökostrom herzustellen. Doch auch den gibt es nicht in unbegrenzten Mengen. In Summe ist klar, dass in Österreich etwas weniger als die Hälfte der derzeit verwendeten Menge an fossilem Gas sinnvoll und naturverträglich durch erneuerbare Gase ersetzt werden kann. Das heißt, Gas sollte nur dort eingesetzt werden, wo es keine anderen Möglichkeiten gibt. Wie etwa in der Stahlindustrie. Heizungen im Wohnbereich fallen jedenfalls nicht in diese Kategorie. Hier gibt es bereits viele klimafreundliche Alternativen. Die Gaslobby versucht derzeit von einem notwendigen Ausstieg aus Erdgas abzulenken. Damit wird wirksamer Klimaschutz in Österreich blockiert und die Erreichung unserer Klimaziele gefährdet. Deshalb fordern wir einen Stopp des Greenwashings von klimaschädlichem Gas und verbindliche Ausstiegspläne aus der Erdgasverwendung, die sich auch in den Investitionsplänen der Energieversorger widerspiegeln. Informieren Sie sich jetzt unter global2000at. www.gysperskied.com www.gysperskied.com